Heute soll es mal ganz kurz darum gehen, wie viel Geld braucht man eigentlich in Finnland? Ja, hey Leute. Ja, das ist eine gute Frage. Was für ein Budget braucht man denn, um nach Finnland auswandern zu können? Okay, also ich würde mal damit anfangen in Deutschland schon ein bisschen was zurückzulegen. Also ich habe das so gemacht, zwei bis drei Monatsgehälter waren das schon. Und dann, ja, dann hast du so ein kleines Polster. Du hast natürlich noch wahrscheinlich ein bisschen Ausgaben für die Reise und ein bisschen organisatorische Kosten. Aber so, das würde ich schon machen. Zwei bis drei Monatsgehälter, je nachdem, was für einen Lebensstandard du so hast. Ja, auf der anderen Seite kommt es ja darauf an, wie viel brauchst du eigentlich, wenn du hier bist. Ich würde, ich würde davon ausgehen, mit Arbeitssuche und allem, Anmeldung, bis du so die ersten paar hundert Euro selber hier reinkriegst, vielleicht durch Praktikum oder Teilzeitarbeit oder so. Also ich würde so planen, drei bis sechs Monate ein finanzielles Polster. So würde ich das machen. Und was für Kosten man da im Monat braucht, ist eigentlich auch ziemlich einfach. Ja, also wenn du zu zweit eine Wohnung hast, musst du so mit einer normalen Wohnung 800 Euro rechnen. Ja, zu zweit, wie gesagt, die Hälfte ist 400 Euro pro Person. Dazu kommen natürlich noch ein paar Nebenkosten. Strom und Wasser, jeweils 20 Euro. Pauschalen sind das meistens. Oder sowas in der Art, würde ich sagen. So, dann, dann musst du einkaufen. Ja, und Lebensmittel. Hier gibt es nicht so den Wald voller Discounter. Du hast also kaum die Möglichkeit, was günstiger zu kriegen. Also das Einzige, was es hier auch gibt, ist Lidl. Und da musst du von ausgehen, wenn man im Internet so Preise vergleicht, dass es so 40 bis 60 Prozent mehr kostet als in Deutschland. Also allein die Preise bei Lidl. Da würde ich schon sagen, 300 bis 400 Euro musst du haben, wenn du jetzt auf Alkohol verzichten kannst und so ein paar Sonderausgaben. Dann kommt das schon ungefähr hin. Und ja, du wirst ja vielleicht nicht sofort einen Job finden, aber irgendeine Möglichkeit, um Einkommen zu generieren, gibt es ja immer. Ja, und du kannst hier ein paar Jobs machen oder auch online so ein bisschen nebenbei was machen. Das, das klappt schon. Und ja, wie gesagt, so, das würde ich machen. Also Alkohol ist noch eine sehr teure Normale. Das würde ich mir irgendwie verkneifen. Oder ja, also da kannst du schon rechnen. Da kannst du rechnen, so eine halbe Liter Dose Bier oder Flasche knappe drei bis sogar vier Euro musst du rechnen. Das ist das. Essen gehen im Restaurant? Naja, also normales Gericht, nichts übertrieben. Mit einem Getränk dabei zu zweit würde ich sagen 65 Euro bist du dabei. Du hast auch noch kein Fünf-Sterne-Menü gehabt. Also sowas musst du rechnen. Ansonsten alternativ kann man ganz gut hier immer ein Finnland-Buffet essen. Da gibt es Pizza-Buffer, also ein Pizza-Buffet oder auch von anderen Unternehmen. Das ist mehr so ein bisschen Rentner-Style, so ein bisschen Kartoffelpü und matschige Sachen. Aber zwischendurch geht das mal und ein Salat ist auch immer dabei. Da kann man ganz gut was rausfischen und das kostet immer so 10, 12, 15 Euro. Das kann man denn schon machen. Da ist man zu zweit mit 30 Euro dabei. Also Getränke und Kaffee ist da meistens enthalten. Also das geht schon, kann man machen. Und dann kommen noch so ein paar Sachen dazu wie Apotheke. Und ja, wenn du Auto fährst, das ist ziemlich teuer so. Versicherung und sowas. Also Versicherung fürs Auto würde ich auch 50 Euro veranschlagen. Ansonsten kannst du auch gut mit der Bahn fahren, was aber auch hier nicht sehr günstig ist. Kurz und knapp überschlagen würde sagen, man braucht 1000 Euro im Monat pro Person, wenn du nicht alleine eine Wohnung wuppen musst. Also da solltest du irgendwie versuchen zu zweit, kleine Familie oder sogar eine WG, irgend sowas. Und dann kommt das hin mit 1000 Euro im Monat pro Person. Da kommst du ganz gut hin. Wenn du dann noch schon die ersten Jobs annimmst, ein Praktikum oder auch sogar vielleicht eine kleine Unterstützung bekommst und sei es nur die Arbeitssuche, dann ist das schon ganz gut und dann kommt es auch so hin. Ja, so würde ich sagen. So im Großen und Ganzen ist es das, was ich dazu sagen kann. Okay, bis zum nächsten Mal.